Das Internet, ein Universum voller Überraschung. Herzlich willkommen auf eine neue Folge, Seiten die die Welt nicht braucht. Was habe ich für heute rausgesucht, wie immer eine Seite das sehr nützlich sein kann, nein bestimmt nicht, eine Seite das die letzte mal nutzlos ist. Die Seite von heute ist senger.dk und schauen wir die Seite heute. Was haben wir hier, wir haben einen Hund, ein Hund das die ganze Zeit meinen Monitor abgelegt. Ich finde und sehr niedlich, aber die Nützlichkeit von dieser Seite weiß es nicht. Wie niedlich bist du, aber bist du trotzdem nutzlos. Was ist das, was ist das? Ekelhaft. Was ist das? Oh, das mich, das mich abgelegt. Danke Markus für die Seite Vorschlag. Bis zur nächsten Folge.